Kann man Clash of Clans lauter machen? Ja, Clash of Clans kann man lauter machen. So, Goldmine Level 11. Hi Flo, wie geht's dir? Bogenschützenturm Level 8, Magierturm Level 4. Todes-T-Gott, hi. So, wir gucken mal. Wir gucken mal in die Einstellungen. Machen wir das ein bisschen lauter? Ja, dann gucken wir mal hier rein. Julian. So. Taylor. Taylor ist wieder da. Herzlichen, ja herzlichen, guten Morgen. Wie geht's dir? So, jetzt schauen wir mal hier ein bisschen. Wir gucken erst einmal hier rein. Was steht denn hier alles? Sehr schön. Ich brauche Verstärkung. Und hier, eins, zwei, drei. Gleich noch bauen hier. Eins, zwei, drei. Sehr schön. Wunderbar. So, dann gucken wir mal weiter. Luca ist beigetreten. Ich gehe dann wieder. Wuh, niemand geht wieder. Luca GG ist mein Zweitaccount wegen Clan-Spiele. wenn zu Ende ist, Leute, ist wieder mit. LucaGG ist mein zweiter Account wegen Clanspiele, wenn zu Ende ist, levele ich wieder mit. Ja, okay. Klappt nicht, das sind keine Clanspiele. Okay. So, alles klar. Was haben wir denn hier? Wir haben drei frei. Robert, Robert, Robert ist da. Haben wir Geld in der Clanburg? Nein, okay. Kein Geld in der Clanburg. Dann gucken wir mal, der schlappt auf Discord was. Die Uhr steigt schon. Okay. Ja, Marek hat halt ein bisschen Fieber. Der hat sich halt ein bisschen erkältet. Das ist doof. Ja, was willst du denn machen? Kinder, wenn halt krank ist, so. So, jetzt gucken wir mal. Gehen wir mal hier rein. Gucken wir mal schnell. Meine Truppen ausbilden. Okay. Oh, ich habe die Schweineleiter vergessen. Ich muss immer ein paar Schweineleiter mit rein tun. Ja, machen wir mal einen Angriff. Machen wir mal einen Angriff. Oh, das ist so groß. Groß. Oh, weitergehen. Na ja, das ist auch schon ganz schön groß. Das könnte man schaffen. Ja, natürlich können wir das schaffen. Der ist fast genauso weit wie ich. Ja. Der hat aber sein Dorf fast ein bisschen schöner gemacht wie ich. Der hat sein Dorf fast ein bisschen schöner gemacht wie ich. Also gut, schauen wir mal, ob wir das schaffen. Ich will jetzt den Drachen nicht unbedingt hier raushauen. Wieso habe ich nur sieben? Ach du meine Güte. Ist das nicht ein bisschen doof? Ja, das schaut doch richtig gut aus. Was willst du denn? Ich mag diese momentane Situation, wo man mit diesen ganzen riesigen Armeen von Bogenschützen, ich mag das. Ja, mag das auch ineffizient sein, keine Ahnung, aber ich mag das, wenn die Bogenschützen einfach alles überrennen. Und ihr seht, so viel haben da jetzt gar nicht überlebt. Und das ist wie so bei die Ameisen. Ja, die eine Ameise, die kannst du zerstören, aber eine Million Ameisen. Oh, guck mal, wo kommen die? Schau mal! Die haben sich gleich das Fleisch gesichert. Oh, guck mal hier, die ganze Arme. Ja, es gibt Fleisch, es gibt schönen Braten. Das ist cool. Ich habe jetzt gelesen, die Aubergini. Die Aubergini. Die ist Aure Birne. Die ist Aure Birne. So. Ich habe jetzt gelesen, die Aubergini. Lustig. So, können wir mal schauen. Wir müssen mal hier ein bisschen braun. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Michelangelo. Bist du der von, von, von die... Michelangelo, wie hießen denn die? Die Turtles? Bist du von den Turtles? Turtles. Turtles. So, wir gucken mal, Farmer Jordi. Der Farmer Jordi ist da. So, wir gucken mal ein bisschen. Sind wir voll? Gehen wir mal hier rein. Greif mal an. Ich habe gerade angegriffen. Ich habe gerade angegriffen. Kannst du den Stream später nochmal anschauen? Den Stream werde ich wahrscheinlich auf YouTube hochladen. Wenn ich nicht wieder irgendwelche Ausraster habe, die man nicht zeigen kann, werde ich diesen Stream hier auch auf YouTube hochladen unter Johnny & Franz Gaming. Das Ganze ist auf TikTok im Profil verlinkt. Und da werde ich das in ein, zwei Tagen hochladen. Den Stream von gestern werde ich morgen veröffentlichen. Das ist eine so schöne Funktion auf Twitch, auf TikTok, dass man den Stream hier dann wenigstens runterladen kann. Kann den bearbeiten. Und dann kann ich den nochmal hochladen. Ja, der fehlt einfach. Ja, der wird gerade nachgedacht. Kennst du mich noch? Christian Ronaldo Sido von Wish? Ja. Ich kenne dich. Du bist der Ronaldo. Der kleine Bruder von Ronaldo. So, lass mich mal überlegen. Druck mal ausbilden. Brauchst du was? Ein besseres Leben? Mehr Reichweite? Gesundheit? Ja, warten wir mal schnell. Ne, ich habe noch. Ich habe noch hier. Wie schaut es denn mit dem Clan aus? Wie versuchen wir denn? Einer ist rausgegangen. Einer ist rausgegangen. Ah, wir haben jetzt einmonatiges. Was haben wir heute veran? Ja, morgen besteht der Clan seit einem Monat. Also, alles besteht seit einem Monat. Ich spiele dann seit einem Monat. Duli. Duli, wie geht es dir? Hallo, Mackie-Mation. Da ist Duli. Hatschi Gesundheit 5. Duli, wir sind auf YouTube wieder live. Und auf Twitch ungefähr ab 14 Uhr. 14 Uhr. Heute machen wir erst mal nur 4 Stunden. Und es langt. Und dann morgen ein bisschen eher vielleicht. Morgen machen wir 5 Stunden vielleicht. Muss man gucken. Wir fangen heute erst mal wieder mit Bloons an. Und mit vielleicht auch mit Clash of Clans. Und mit Roblox werden wir dann wahrscheinlich morgen wieder einen Roblox-Tag machen. Handballbeste. Hi, Johnny. Hi. Und ja, da muss man so langsam wieder gucken. Aktuell ist es ja immer noch so, dass ich arbeiten muss. Und die Arbeit, das ist keine schlechte Arbeit. Aber das Problem ist, die Arbeit, die hält mich halt sehr auf. Und es kann jetzt sein, dass ich einen neuen Job kriege. Wo die Arbeitszeiten ein bisschen besser für mich sind. Sodass ich dann besser streamen kann. Und ich versuche ein bisschen weniger Videos zu machen und ein bisschen mehr zu streamen. So, jetzt müssten wir eigentlich anfangen können. Kannst du mein Dorf schlagen? Ich möchte jetzt bitte erst meinen Kampf machen hier. Ja, ich stream jetzt. Um 14 Uhr stream ich dann auf TikTok. Kann ich das wiederholen? Natürlich nicht. Hier kannst du gar nichts machen auf dem Scheißspiel hier. Hier kannst du nichts wiederholen. Schade. Warte mal, kann ich es wiederholen? Ja, kann ich es wiederholen? Aha, der Tank lenkt ab, ist aber gleich Totner. Kann ich mir nicht vorstellen, dass der das schafft hat. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass der das schafft. Jetzt ist er, hat noch was. Ach, er hat noch was. Wo ist denn die Kriegerin? Wow. Okay, das ist schwer. Laser Frack. Es ist schwer. Wer kämpft denn da? Ach Gott, wir haben hier Kampftag. Okay, ich lasse die anderen kämpfen. Ich kämpfe immer meistens, ähm... Hä, da ist ja nichts. Oh, guck einmal. Äh... Weil der andere hat noch viel mehr Leben, als Tank würde doch der tauchen. Und jetzt sind sie alle schon weg. Schade. Ja. Ich hätte erst die anderen raus, also die Prinzessin und den Magier da. Und jetzt hätte ich erst die anderen raus. Und jetzt... Wow, ist der stark. Ach Gott, gucke mal Wie cool Gucke mal Das ist so lustig Die brauchen schon 4 Stunden Bis sie da durch sind Ach Gott, wie cool Die hat er halt aufgefüllt Also wie gesagt, die fliegenden Einheiten Hätte ich ganz zuletzt raus Und hätte dann erst die Tanks vorgeschickt Wie mutig Ja, schön, hier so Hier, hier, auf geht's Ja, die Letzten, gleich habt ihr es geschafft Auch die Armen Sie werden wahrscheinlich schnell besiegt werden Oh Komm schon, steig dich Oh Oh, das tut mir leid Wie traurig Das war lustig Das ist vom Clankrieg Wir haben einen Clankrieg momentan Oh, hier geht's hier ab, hier, was ist hier los? Habt ihr gesehen? Jawohl, siehst du, erst den Tank Dann die Drachen Schauen wir mal Und jetzt fliegendes Getüm, wenn ihr noch irgendwas fliegendes habt Es ist halt doof, dass der König ausgerechnet in die andere Richtung geht Das ist ja der Tank eigentlich Das ist extra so doof gemacht Ist der Ingame-Ton zu laut? Schlappt's bitte rein, wenn das zu laut ist Oha, Heilung gut eingesetzt Ja Ja Sehr schön Er wird es wahrscheinlich jetzt schaffen, aber Er wird ganz schön viel Schaden anrichten Oh, das könnten die sogar schaffen Ja Ja Das schaffen die Wer hätte das gedacht? Panda-Bär, herzlich willkommen TK-Jer, herzlich willkommen Die Neuen bitte gerne mal ein Follow da lassen Ich bin oft zu sehr unterschiedlichen Zeiten live Ja, das schafft er, sehr schön Henry Freddy Bros Schreibt mal bitte rein, ob der Ton vom Spiel nicht zu laut ist Herr Knabe, herzlich willkommen Die haben das nicht geschafft Die haben das nicht geschafft Was hätte er besser machen können? Vielleicht war es einfach zu viel Aber war gut Interessant Das war ein feindlicher Angriff Bujra Bujra Raj Bujra Raj Mein Gott, was geht hier ab? Macht die Herzlich willkommen Ich will mich mal sehen Herzlich willkommen Für alle, die neu sind, bitte lasst ein Follow da Weil ich zu sehr unterschiedlichen Zeiten hier auf TikTok streame Bekommt ihr dann immer eine Nachricht Und denkt dran In meinem Profil ist der YouTube-Kanal Ich werde vielleicht nochmal eine Runde Clash of Clans spielen Vielleicht spiele ich auch das Herzspiel Clash Royale Clash Royale Oh mein Gott, habe ich mich gestern wieder aufgeregt Und jetzt habe ich hier extra einen neuen Ort ausgewählt Dass die Internetverbindung besser ist Aber irgendwas stimmt nicht Ja, ich bin nicht mehr live Doch, jetzt Nein Warten wir mal kurz Was passiert doch Sind wir noch? Georgian Fabi, hi Ja, es geht nichts mehr Nein, es geht nichts mehr Ich mache es hier nochmal zu Und mache es hier nochmal auf Batman Herzlich willkommen Peter Holz Peter Holz Alter, kriegt man auch viel Zeug So, was geht denn hier ab? Was geht denn hier ab? 9 zu 8 Ich spiele erst heute Spielst du Brawl Stars? Nein Ihr könnt mir sowieso gerne mal auf Also wie gesagt Über TikTok Das Profil Ist mein YouTube-Kanal verlinkt Da könnt ihr mir jederzeit Entsprechend Ja, Kommentare oder Nachrichten schicken Oder Kontakt aufnehmen Wenn etwas sein sollte Da könnt ihr mal reinschreiben Was ich noch spielen soll Denn ich brauche noch ein Spiel Auf Ja, hier auf TikTok Denn ich habe momentan Warte mal, wir gucken mal schnell rein Das kann man doch gar nicht Oh Er haut sie alle weg Leider schon kaputt Wo geht es los hier? Da geht es los Okay, ganz klassisch Kann man das gewinnen? Nein Schaut mal an Wie der Tank sofort verliert Das ist nicht gut gemacht Was der macht Da kann es noch ein zweiter Angriff Denk was gerade Wieso macht er das nicht auf einen? Ich würde den Angriff nicht aufteilen Der König ist leider gleich weg Sehr schwierig Sehr schwierig Weil hier ja vieles Jetzt kommt der Asch daher Ich hätte das alles auf einmal gemacht Alles auf einmal gemacht Aber vielleicht will er immer erst wissen Wie es ausschaut Aber das ist trotzdem sehr gut gelungen Dicker Jetzt hat er noch 10 Mal hier Warum haut er denn die nicht raus? Ich hau immer alles sofort raus Klar kannst du jetzt im Nachhinein noch ein bisschen Was machen Jetzt wieso Wieso auf die Seite? Wieso auf die Seite? Tatsächlich schafft er das wirklich? Nein Oha Ist das gemein Ja sagst du doch Ich sagst du doch Hätte er es gleich gemacht Hätte es so dumm Hätte es gleich mit rausgekaut Dann hätten die sich da durchgeschmuggelt Tja Auf mich hört ja keiner Ich bin ja nur der dumme Nils Der seit 30 Tagen spielt So sind wir denn hier Ui Hier geht es ja ab Hier wird ja live ausgeboten Wow Ui Ist noch gelegt Oha Oha Oh guck mal Die grünen grünen Männchen Wie sie das Zeug klauen Hehehe Die Schweine Reiter Die hätte ja als erstes Nausgehauen Ja sehr schön Oh guck mal Die kleinen grünen Männchen Hehehe Wie sie sich freuen Ja schön Ja sehr schön Schaffen die das Ja die müssten das schaffen Nein die schaffen das tatsächlich nicht Das ist ja so doof Ja das ist doch wurscht ob das vom Gegner ist Es ist doch immer interessant wie was ist Es ist doch immer interessant wie jemand spielt Ja die schaffen das Wenig also zu 100% nicht aber immerhin Zwei Sterne kriegt er noch Siehste er ich verstehe nicht wieso sie Guck mal die kleinen Männchen Können die über Mauern hopfen Ach Gott Ja siehste mal Das ist ein ganz einfacher Bogenschützenturm Ganz ganz einfacher Bogenschützenturm Ach Gott da ist noch eine Also für alle die neu sind Bitte lasst ein Follow hier auf TikTok Da würde mir sehr helfen Ihr könnt mir auch auf YouTube folgen YouTube Ist auf TikTok Im Profil bei mir verlinkt Johnny and Friends Gaming Immerhin Er hat aufgegeben Oder war die Zeit rum Und schon wieder der nächste Kampf Was ist denn da heute los Die sind ja ganz versessen Ich misse ihn Die Form der Mauer Was Die Form der Mauer Ist sehr deutsch Nichts gegen die Deutschen Ihr werdet sie alle noch vermissen Ihr werdet sie alle noch vermissen Die Zahlmeister Wenn keiner mehr da ist Der Zahl ist aus Das Fest Dann gehen alle nach Hause So einfach ist es Guck mal wie langsam Der einzige wahre Korken 100% Ah ja Also die sind hier Apushna Rai Das sind Inder Oder Pakistanis Sind momentan Ja Es ist noch ganz ausgeglichen hier Das kommt schon noch ab So Guck mal hier rein Achtung mal Kratzen Der hat aufgegeben Ich kann nicht mehr Was meinst du? Der hat hier Ich weiß nicht was mit dem los war Vielleicht hat er auch noch Einen technischen Defekt gehabt Der Giller Kennt irgendjemand von euch noch Walter Giller? Ich kämpfe immer erst Ich bin ja so Dass ich sage Ich lasse den anderen Erstmal den Vortritt Und Ganz genau Es sind noch 23 Stunden Und Ich Mach das immer zuletzt Ich will niemanden was wegnehmen Gerade die unteren sollen kämpfen Und Deswegen Hi moin 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 Werde ich erst ziemlich zuletzt kämpfen Weil ich niemanden da jetzt Irgendeinen Kampf wegnehmen will Da ich sowieso online sehr viel kämpfe Oder überhaupt immer viel online bin Bin ich jetzt nicht so drauf angewiesen Jetzt den Kampf zu machen Ich will dass der Clan kämpft Hier guck einmal Hi Schau mal mit einem Schwert Auch immer noch kämpfen Jetzt kommt die Gegen die Magie Kaum Chancen Jetzt kommt Ach Gott Schick doch bitte erst alle auf einmal raus Ich mag das nicht Wenn dir mal einer so nach und nach alles rausschickt Hau deine ganze Armee raus Und lass dir nicht einzeln abschießen So das hat der Kuna Das ist ja nix mehr da Muss ich ja Kuna haben Ja sehr schön Wunderbar Da hat es gleich die Internetbox nach hinten geschoben Der Knabe ist wieder da Schaut mal wie schön die die Bomben rausschmeißen Lustig Ja das waren 100% Ist ja richtig was los hier Das ist ja unglaublich Henry Schon wieder der nächste Kampf Hä Hä Wo ist der Kampf Was ist passiert Hä Okay Da ist anscheinend Da einige Ein bisschen technische Probleme zu haben Kann das sein Wie lange spielt ihr schon Morgens ein Monat Elf Monate ist lang Elf Monate ist lang Man sich kriegt da Hä Wieso habe ich so wenig Trüben Wilder Panda Ah Geht schon weiter Hier wird echt was geboten heute Okay Da geht es ab hier Hu 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 Da Drachenangriff Ich würde aber vielleicht Naja gut Ich habe nichts zu sagen Jetzt kommen die Drachenreiter Sehr schön Ach du meine Güte Die ist ziemlich stark Die Königin da Drachenreiter Äh Schweinereiter Also ich weiß nicht Der das Ich kann mir das nicht vorstellen Nein Nein Ich habe ein Ding Dafür ist das einfach Viel zu heftig Bist du jeden Tag live Was ist mit der Soundqualität Mikrofon Das geht über Smartphone Ähm Ich bin eigentlich jeden Tag Auf TikTok live Ja Kannst du mir Follow da lassen Ähm Ich lasse es jetzt in letzter Zeit Ein bisschen langsamer angehen Mach nicht mehr ganz so viel Aber auf TikTok Versuche ich einmal am Tag Zu streamen Wenn es gut läuft Vielleicht zweimal am Tag Weil ich bin ja noch Auf Twitch Und auf YouTube Danke für das Like Danke für die Follows Oho Kann man denn Da kann man doch nicht gewinnen Gegen sowas Kevin Dankeschön Dankeschön Dass du Mich Ja Abonniert hast Auf TikTok Heißt das ja Gefolgt Aber das ist alles das gleiche Hier geht es ab Ohne Ende Was ist hier nur los Ich komme gar nicht nach Ich seit sieben Jahren Niemand Deine Base wird gut Wenn du Verbessern tust Genau Brauchst du gute Ideen Brauche einen Gute Brauche eine gute Base Unser Gegner hat eine Kann ich kopieren Darf ich wen angreifen Kannst du angreifen Wenn du willst Jeder kann jeden angreifen Das ist bei uns so Wer zuerst Kommt mal zuerst Ganz einfach Das ist zwar ein bisschen Unfair Aber auf der anderen Seite Ist halt so Wer zuerst Kann soll halt Angreifen Und möglichst Viele Punkte Machen Es geht nicht darum Dass die Nummer 23 Die Nummer 23 Angreift Das kann man dann In einem anderen Clan machen Wo es dann andere Regeln gibt Das soll ja hier Einfach nur Spaß machen So eine riesige Menge Ich hätte vielleicht Ja gut Was ich mache Ist so eine interessante Guck mal Wenn da jetzt eine Bombe kommt Heilzauber Sehr interessant Sie müssen sich halt Durchkämpfen Das ist doof Sollte ich vielleicht auch mal Ein Heilzauber machen Das ist vielleicht Gar nicht zu dumm Dass ich dann auch Auf Heilzauber übergehe Weil solange Die Tanks Überleben Kann eigentlich Wenig passieren Die haben gewonnen Die haben gewonnen Es ist ja nichts mehr da Es hat keine Ja Sie haben gewonnen Können alles abräumen Nur noch die Zeit Eines Einen Gegner Sehr schön Gegner ist Aber man kann ja von jedem lernen Also ich bin ja am Smartphone Ich habe kein Mikro Manchmal ist das Mikrofon sehr gut Und manchmal Bananen Bananen Was? Bananenkopf? Haltbare Milch Ich trinke schon seit Jahren Keine Milch Bananenkopf Ich kriege da Durchfall Also ich vertrage das nicht mehr So Das war auch wieder interessant Wieso spielen die denn jetzt alle schon? Die spielen ja wie die Irren Also wie gesagt Ich werde diesen Stream Auch auf YouTube hochladen Wenn es geht Was ist denn hier los? Wow Kann man was gar nicht wo man hinschauen soll Mohamed Hat das es Vielleicht haben wir Glück Nadine Hi Apex Hi Smoothie Hi Wo muss ich denn hin? Da muss ich hin Ja Es ist schon vorbei Bis mir da reinkommen Jetzt wollte ich jetzt eigentlich schon sehen Wie das weiter geht Wow Hat er das jetzt tatsächlich geschafft? Wir müssen uns das doch mal angucken Das ist ja richtig cool hier Smoothie Smoothie Der hat keine Ahnung von Dörfern Wen meinst du denn? Wen meinst du denn? So Leute Das ist der Nachteil beim Russian Ja Das stimmt Ich greif mal Mit Kobolden an Okay Nur zu Okay Das ist richtig spannend hier Um wie viel Uhr bist du immer live? Das ist total unterschiedlich Das ist total unterschiedlich Drum mach hier ein Follow Dann siehst du wann ich live bin Weil das ist schwer zu planen bei mir Ich versuche halt einmal am Tag auf jeden Fall live zu gehen hier auf YouTube jeden Tag Und ähm Polizei auf Streife Jetzt kommen die Drachen Ja Im Griff So geht er auf die andere Ah er will den hier Okay Schwierig 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 Da was zu machen Ja Gegen den kommt er nicht an Na Ich mach da auch gut Okay Ja der ist tatsächlich Das haben sie gut gemacht Ich denke das schafft er Zu 100% Das schafft er Peppers Customs Ja Das werden 100% Das werden 100% Gut gemacht Ach So Leute Ich beende mal den Stream Und bin in 5 Minuten wieder online Ich mach mal jetzt mal was zu essen Und dann bin ich gleich Wieder Da Mal schnell noch einen Kaffee machen Also bis In 5 Minuten